So, dann nochmal auf EC. Willkommen zurück zu Little Miss Fortune mit dem Zweigenfürst. Neuer Steam. Neuer Part. Oh, ein Ticket. Was für ein Zufall. Are you sure? It looks like a ticket to me. It can't be, but I'll check it out. Was? Ein Ticket? Okay, jetzt muss ich das erste Mal rausfinden. Ja, so. Was ist denn das? Was? Ein Ticket? For real? Sweet and spooky? Thank you. Alles klar, uns wurde ein Ticket geschenkt. Now, let's go find a boat to the fox. Remember? Mhm. Wir müssen auch wie vor den Fuchs finden. Eingang. Is that a Skeleton? Oh, crap! Ein Skelett. Ja, sehr gruselig. Und wir sind hier im Freizeitpark. Hier steht es schon. Willkommen da. Till Phantasmagoria. Ein großer Freizeitpark. A Ghost? Damn, that's creepy. Miss Fortune, please mind your language. But I got scared. It's totally understandable. That's no excuse. Okay. Okay. It says, welcome to Phantasmagoria. Oh, thank you. So, wir schauen uns natürlich jetzt mal alles an. A creepy clown? That's creepy. Oh, Ballons. Oh, Ballons. I love Ballons. Just so you know that I love Ballons. Okay, Miss Fortune. Rote Ballons, die irgendwie... Ich weiß nicht, wohin führen. Äh, ja, also... Ich mein, ich hab da mal einen Film geguckt. Von der anderen Seite. Miss Fortune deserves to have a fun time. So, try to make the right choices for her. Alright? Da könnte ein Clown in einer... In einer Abwassernagel sein. In einem Gully. In einem Gully Schacht. Und wie man das nennt. So. Hey, you know. Once I saw a documentary on TV about hot dogs. And now... I don't want to eat the whole thing. Oha. Was haben wir da für'n Riesen? Uh, arm Chorum. Aha. So heißt der Laden hier wohl, oder? Jump Scare. I was just trying to pull your leg. If you do it one more time, I'll just shot my ice pipe and see nothing. Jump Scare Effekts. This looks like Benjamin, but creepier and angrier. Ein bisschen Blitzer. Genau. Ah. Können wir die anderen vielleicht auch mit Blitzern bestrehen. Die muss da da drüben. Und ich will es nochmal ausprobieren. Na komm. Haha. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, was haben wir hier an dem Karussell? Let's go. Oh. So. 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 Okay. So. 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 Wo soll ich denn ein Ticket hier für benutzen? Ach du Schande, das ist ja eine schreckliche Auswahl. Ich sage erstmal nein. Ich dachte, das wäre das Ticket für einen Eintritt. Jetzt muss ich mir hier etwas aussuchen, was ich nutze. Ob ich jetzt in die Spooky, Horror Show reingehe oder ob ich das Karussell nehme. Wer sieht Ähnlichkeiten? Das ist ja hier. Ähm, ich verdanke für dieses Bild. Das wollte ich jetzt nicht so unbedingt sehen. Oh, ein Horror House. Oh, süß. Das Hunted House muss sehr schrecklich sein. Ist das die Fahrt, die du dein Ticket anbieten möchtest? Äh, sag ich doch, wir haben hier die Wahl zwischen Horror House und Kinderkarussell. Dann werde ich, wenn wir die Wahl zwischen den beiden haben, jetzt erstmal das Kinderkarussell nehmen. Da werde ich mein Ticket für ausgeben. Aber wir sind hier gerade im friedlichen Run. Willst du dein Ticket benutzen? Ah, ja, mein Ticket, natürlich. Gut, wir haben die Wahl zwischen Horror House und zwischen Kinderkarussell. Wir gehen natürlich zum Kinderkarussell. Im zweiten Run können wir dann das Horror House mal machen. So, jetzt mal hier. Das machen wir jetzt. Kinderkarussell. Dafür sind wir hier. Have a pleasant ride. Okay. Kinderkarussell. Ey, loaner. Sehr schön. Ist das? G decinzif sym Sarge aber! Gвинetster, Adiosativ. Was ist das? Okay, ich bin gut. Ich habe schon mein Ticket benutzt. Ich kann es nicht schreiben. Jetzt erstmal wetteln, ja. Danger? No, with real bullets. Ach du Schande. Wake your Fox. Massacre. Ich habe jetzt die Wahl zwischen den beiden. Na toll. Fortuna. Reward Ticket. Das kriegen wir wahrscheinlich bei einem der Aktion. Reward. A golden Schokolade, a cute tiny skirt, a doll. Ah, damn it. I have kind of low reward tickets. Wir brauchen Belohnungstickets. Ein Ticket für eine Medaille, zwei Tickets für dieses schöne, für dieses schöne Kleid, genau den Rock, für unser Einwarnchen und drei Tickets für das, für die Figur, die wahrscheinlich storytechnisch wichtig wäre. Ja, also wir brauchen drei Tickets mindestens. Und für die Fahrsage brauchen wir auch noch eins. Wir brauchen Tickets. Ähm. Sehr gut. Ähm. Ziemlich vorgezwungen. Das klingt gefährlich. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Kein Belohnungsticket. Hey, ich will mein Belohnungsticket. Ja, damit. Ich brauche mein Belohnungsticket. Ach man. Big Fox. Ähm. Sie könnte böse sein. Deswegen. Ein roter Ballon. Ist es für mich? Ja. Danke. Oh. Wie schade. Kein gruseliger Clown am Ende des Ballons. So. Können wir einfach weiter gehen? Oder? Können wir es einfach ignorieren und weiter zum Boot gehen? Es ist ein Mist. Also müssen wir irgendwas machen. Hallöchen. Es ist ein Mist. Also müssen wir irgendwas machen. Hallo. Wir werden hier wohl gezwungen. Das eine Spiel zu spielen. Das Breaking Fox. Oder wie sonst. Kommen wir hier. Ein etwas ran. Ein Belohnungsticket und eine Münze. Sehr schön. Na gut. Dann müssen wir wohl. Kommen wir auf. Ja. Ich kann ein Rewards-Ticket bekommen. Wenn ich gewinnen. Ich bin das. Ich werde das. Ich kann mich nicht erwarten. Ich kann mich nicht erwarten. Was ist das? Wir sind die Fokse. Wie Benjamin? Es sind gefährlich. Sie sind die Fokse. Sie sind die Fokse. Sie haben alle verletzten deine erinnerlichen Glückwunnen. Sie schrauben sie. Sie schrauben sie. Sie schrauben sie. Okay. Ähm. Oh nein. Ich verletzte. Oh nein. Ich verletzte. Verdammt. Ich habe nicht gewonnen. Na gut. Du kannst so viele Mal versuchen, wie du willst. Okay. Noch mal spielen. Ja oder nein. Äh. Machen wir es. Wird eine schlechte Entscheidung sein, aber... ...derartig. Oh. Drei Mal geschlagen. Fünf Mal geschlagen. Oh, ich verfrönt schon fast-wetter. Ah ok. Noch mal spielen. Was? Wir haben doch getroffen. Ich muss den Rekord aufstellen. Yay! Rewards Tickets. Ne, ne, wir haben doch schon Tickets. Und wir brauchen 3 hier. So ein Mist auch. Ach, da kriegen wir Ärger von Benjamin. Ich wisse das Spiel gespielt haben. Du musst die genutzen? Na gut, verschwenden wir es. Hallo, ich bin Miss Fortune Ramirez Hernandez. Und ich möchte, die Zukunft von mir wissen. Bitte, danke. Once you see the beyond, the beyond sees you. And you can be sure it will be coming for you. The beyond is coming for me? Das war ja... Das war ja sehr gut. Das war jetzt nicht sehr viel wert. Ich glaube wir sollten mal hier ein bisschen spielen. Stark den Fuchs spielen. Wir sollten ein paar Tickets sammeln, damit wir den Automaten herkaufen können. Ich bin einsch늘ig hoch. Verdammt. Ach, jetzt müssen wir treffen. Wir müssen alle treffen! Oh, schreck. Wir spielen natürlich nochmal. noch mal Tickets. Verdammt, verdammt. Ach man, ich habe das doch schon mal geschafft. Wir versuchen es noch mal. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich das negativ auf unsere Beziehung zu Benjamin den Fuchs einstellen werde. Verdammt. Ja, ja. Na komm, wir versuchen es. Warum? Verdammt. Nicht gut genug. Ich weiß. Na komm. Wo ist er? Verdammt. Und schon verkackt. Na komm, das kriegen wir hin. Bisschen Wake Up Fox spielen. Können wir auch unsere Zeit verbringen. Verdammt. Da hin. 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 Und ein noch. Ach. Hat geklappt. Das war's. Okay. Noch mal spielen. Ach, die müssen wir auf jeden Fall treffen. Okay, wenn man das kann, dann ist das gar nicht so schwer. Drei Tickets brauchen wir auf jeden Fall. Verdammt. Wir dürfen nicht missen. Hm, Tickets. Sehr gut. Wir spielen noch mal. Drei Tickets haben wir schon. Komm. Verdammt. 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 Ja, ich weiß. Das war jetzt nicht so schwer. Immer noch. Dann haben wir fünf Tickets. Machen wir lieber sechs. Dann haben wir uns. Können wir uns alle. Können wir den Automaten herräumen. Okay. Boink. Sorry. Sorry. Halt down. Ups. Boink. Ups. Dafür kriegen wir safe Ärger mit Benjamin. Einmal machen wir es noch. Ein letztes Mal. Haben wir genug Tickets, um alles zu machen. Oh no, I missed. Don't go slow. Boink. Ups. Boink. 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 So können wir jetzt mal. So können wir jetzt mal. Sechs Tickets haben wir hier. Das müsste jetzt reichen. Boink. 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 Untertitelung des ZDF, 2020